Auf der Konferenz von EWR beraten 1938 Vertreter zahlreicher Staaten über den Umgang mit jüdischen Flüchtlingen, die vor der Verfolgung im Nationalsozialismus fliehen. Was dabei konkret beraten wurde und welche Ergebnisse die Konferenz hatte, erfährst du in diesem Video. Los geht's! Nach der Machtübergreifung der Nationalsozialisten 1933 verschlechterte sich die Situation für Juden in Deutschland dramatisch. Mit neuen Gesetzen wurden Juden immer weiter gesellschaftlich ausgegrenzt. Mit den Nürnberger Gesetzen von 1935 wurden Juden offiziell zu Bürgern zweiter Klasse erklärt. Immer mehr Juden verließen Deutschland und suchten Schutz in anderen Ländern. Durch den Anschluss Österreichs und die weitere Verschärfung der antijüdischen Maßnahmen stiegen die Flüchtlingszahlen im Jahr 1938 auch einmal deutlich an. Die Bereitschaft zur Aufnahme von Juden ließ allerdings in vielen Ländern nach. Auf Initiative des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt trafen sich im Juli 1938 Vertreter von 32 Staaten und dutzenden Hilfsorganisationen zur Konferenz im französischen Ort Evier. Ziel der Konferenz von Evier war es, gemeinsam eine Lösung für die jüdischen Flüchtlinge zu finden. Das Ergebnis der Konferenz war ernüchternd. Nahezu alle teilnehmenden Staaten, darunter die USA, Großbritannien und Frankreich, erklärten, dass sie keine weiteren jüdischen Flüchtlinge aufnehmen könnten. Begründet wurde dies oftmals mit der schlechten wirtschaftlichen Lage infolge der Weltwirtschaftskrise. Zwar wurde anerkannt, dass die Situation von Juden in Deutschland und Österreich dramatisch sei. Zur Aufnahme einer großen Zahl an Flüchtlingen konnte sich aber kein Land durchringen. Auch die Appeasement-Politik der Alliierten gegenüber Nazi-Deutschland war wohl ein Grund für die geringe Aufnahmebereitschaft. Man wollte die Nationalsozialisten nicht reizen. Das einzige konkrete Ergebnis der Konferenz von Evier war die Gründung eines Flüchtlingsrates, der mit Deutschland über die mögliche Ausreise von Juden verhandeln sollte. Wie lässt sich die Konferenz von Evier historisch einordnen? Der Ausgang der Konferenz wird von vielen Historikern als moralische Katastrophe bezeichnet. Zwar war 1938 noch nicht absehbar, dass nur wenige Jahre später Juden im nationalsozialistischen Deutschland systematisch in Konzentrationslagern ermordet werden, dennoch wussten die teilnehmenden Staaten, dass Juden in Deutschland und Österreich bereits fast komplett entrechtet wurden. Trotzdem konnte sich kein Staat zur Aufnahme einer größeren Zahl von flüchtenden Juden durchringen. Die Nationalsozialisten nutzten die Konferenz von Evier für ihre eigene Propaganda und verkündeten, dass kein Staat der Welt Juden aufnehmen wolle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.